Hallöchen, meine Kids und Kids sind willkommen zu einer neuen Folge von My Time It's Sand Rock. Ja, in der letzten Folge ist einiges passiert. Wir haben unschontig unser Kind bekommen und ich habe ein bisschen vorgespielt. Ich habe mich mal auf Level 40 geboostet und der ist ja richtig, wie soll ich das sagen, besessen auf das Kind. Junge, der ist schneller da wie Speedy Gonzales. Wenn es ums Kind geht und wir werden jetzt noch die letzte Antenne dran machen. Zwei habe ich schon offscreen gemacht, wo ich halt trainiert habe. Aber dafür kümmert er sich jedenfalls um das Beweiser und ich werde jetzt die letzte Antenne mal dran machen und dann werden wir mal gucken, was uns dann erwartet. Achso, wir müssen zum Rathaus gehen. Okay, dann gehen wir mal zum Rathaus. Okay, dann gehen wir mal zum Rathaus. Genau, Q macht deinen Job. Just listen to how she talks to me, ma'am. Grace, could you perhaps be a little nicer to Director Chi? Oh, Light, you two are some of the brightest folks we've got in this town. Would it kill you to get along for the sake of the mission? I think they bicker because underneath it all, they're actually a lot alike. We are nothing alike. Doch, sei doch. Das ist die genaueste Patrouille. Ich glaube, wir wissen, dass wir bald herausfinden können. Ich glaube, wir wissen, dass wir bald wieder herausfinden können. Ich glaube, wir wissen, dass wir hier sind. Wir wissen, dass alle die Triangulatoren in der Arbeit sind. Wir brauchen jetzt nur ein starkes Signal auf der 1.40.15 Frequenz. Nur ein konstant Signal, und wir haben die Location. Das ist die Wahrheit. Ja, wenn dieses Signal ist sehr weit entfernt, dann kann ich nichts sagen. Genau, das gibt euch Mühe. Ich habe Arbeit dahinter gesteckt. Jetzt anrufen, komm! Du bist ja auch die Bürgermeisterin, oder? Hier ist die Sandrock Basis. Was war das? Ach so. Was war das? Was war das? Was war das? So schnell geht das nun auch nicht. Okay. Okay. Sie sind auf der Suche... Vielleicht ist es doch Pen, der Tiger. So. Halt... Ah, gut. Er macht den. Ich bin Tiger. Ich bin Tiger. Ich bin Tiger. Tiger unterstützen? ...Antz, Atenz, Atenz! Tiger has been compromised HQ. Switching to Plan Zeta! ...Signal location received. We've got them. It's no feast attack. ...Northöstlich. ...finally. ...Can't wait to go knock on that doorstep and look him in the eye! ...What the... ...HQ. Copy. Switching to Plan Zeta. Jam all signals. Occupy Sandrock. Cut the rail links. Ja, was ist es denn? Ich habe irgendwas gesagt, aber die Stimme von mir war zu geil Duvost, der Schiff, der whole Armie ist in dem Warum? Warum machen sie das? Das bedeutet eine Krieg mit der gesamten Allianz Das muss ich sein Extraction, das ist das erste, was sie gesagt haben in dem Report Vielleicht sie nicht versuchen, ihre Agenten zu extraieren sie versuchen, etwas zu extraieren etwas, was für alle politischen und militärischen Red-Line geht Wer weiss, wer was zu extraieren? Wir müssen sie mobilisieren Sie sagten, dass sie jetzt die Sandrock enthalten Wir wissen nicht, wo sie kommen oder wie viele es sind aber wir haben nicht viel Zeit Zeit, um unsere Gefahren vorbereiten Ich... ich... ich fahre da... ich rege nach Hochwind Ich habe es geschafft, ich sehe die Leute gleich Direktor Chi, welche Art von Technologien hat der Forschungszentrum in der Linie des Defensers? Dinge, die relativ schnell werden können Ich kann nicht glauben, dass diese Zeit endlich kommt Mh-hmm 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 Mh 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 Dann gib's mir doch gleich! Ja, aber muss... Sehr schnell! Ja, ich habe noch mehr. Ja, hoffen wir mal. Gut. Also ich muss Dings, Bums, äh, Mian Bescheid sagen. Feuer frei! Mein Brennvieh steht im Weg. Was sind die Allianz? Surely sie kommen auch? Wir wissen nicht genau das Grund für diese Aggression. Aber alle kommunikationen wurden gemmelt. Wir können sagen, dass sie auch die Rail-Line disruptieren. Niemand kommt für unsere Hilfe. Wir haben nur... Wir machen jetzt ein Plan für die Defensive und Evacuation von Sandrock. Check mit Heidi, wenn Sie sich helfen können. Für diejenigen, die mögen zu kämpfen, reporten zur Justiz. Bitte lassen Sie alle wissen, wir werden das durchführen. Somehow. Das ist alles. Danke. Licht ist mit uns. Barschus! Kannst du wir anfangen? Be brave, alle. Das ist was die Church of the Light, meistens sagt. Es ist brave, dann ist es stupid. Wie stehen wir gegen die Duvaux? Das ist es wichtig. Was ist mit euch? Was ist passiert? Ich glaube, in Sandrock? Es ist viel zu nehmen. Ich glaube, immer noch in Sandrock. Ich glaube, ich glaube, in Sandrock. Und ich habe keine Duvaux-Bozos verletzt. Ich werde sie auf ihre Beine. Das ist die Heilung, Andy. Wir gehen nicht ohne eine Beine. Das sagt, Sandrockers. Ich brauche zwei volunteers, um für die Atara und Highwind zu helfen. Pronto. Ich bin der Allgemeine. Ich bin der schnellstuhl. Gut. 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 Und dann zu zweitens zu machen, und dann zu sitzen und zu denken, Ah, naja, die meisten der Tag ist weg. Es ist zu lange, um zu jetzt aufzuhören. Ich werde der Mann sein, den ich immer wusste, ich könnte sein. Ein echter Vater zu unserem Zukunftsschirm, Dandan. Oh mein Gott, ich will dich nur schmoocheln. Komm hier, du? Bitte, erst später. Tut, tut, mein Turtledove. Ich muss deine liebenden Erdbeeren. Gut, also das haben wir schon mal geklärt. Aber warum ich nicht? Ich hätte nur hier. Oh, nein. 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 Ich hoffe, sie schaffen das. Gut. Gibt mir ein Zeichen. Äh, der Zug fährt doch! Ich dachte, die haben das abgebrochen. Schaust du es? Der sieht aber ziemlich geschild aus, dafür, dass der Krieg gleich beginnt. Darauf läuft es hinaus, Kitty. Das wird der Kampf unseres Lebens sein. Kein Training wird ändern, was dann passiert. Das wird ein Test von purem Durchhaltevermögen sein. Und das hast du zu Genüge. Ach, Trudy. Hast du mit den anderen Leuten im Dorf gesprochen? Jeder bleibt hier. Ich muss sagen, es ist demütig, dass alle genauso fühlen wie ich über unser Zuhause. Aber das bedeutet auch, dass alle auf uns vertrauen. Lass uns diesen Kampf gewinnen. Der muss doch hier eigentlich auch total fix und alle mit der Welt sein. Oh, hey there. Hm. Ich werde dich später sehen. Der ist Stein... Der ist Steinentspannt hier. Felsenfest überzeugt. Vergiss dich, dass du eine Laufaufgenehm hast, dass da sie mit den Nächsten in den Konflikt geraten könnten. Ja. Ich hab doch so gut wie alles gemacht. Hm. Warum bin ich? Mist. Ähm, Q, du beleidest gerade Jastis, der steht direkt neben dir. I've got the defense plan ready to go. Good, then let's have one last meeting to go over all the plans. Welcome everyone. When I took this job, I never thought I'd be a wartime mayor, but here we are. So, tell me about our defenses, Sheriff. Yes, ma'am. My plan is to set up a perimeter around Mardo Square to draw all enemy fire while placing snipers on top of roofs along the main street. I'll be placing our best fighters here. The centerpiece of our defense will be the air cannon turret developed by Director Chi and the Builder. We'll be funneling enemies towards it. Hopefully, it'll work as advertised. Oh, with that switch, let's just shoot so gross. We'll also man a post by the apartment, so we don't get flanked from the back. All civilians will be evacuated to the temple, as I do not believe the Duval's military will attack that building. That's about it. That's as good a plan as any. Just hope our riders can call in reinforcements before it's too late. Right. Well, there's nothing left to do other than wait. Everyone, do your best to get some rest. We'll be back soon. Wait soon. Get away. Get away. See you again. Hey, don't get away. I'm sorry. N عائد Bye. 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 Du hast Slogan vergessen, du Depp! Bist du sicher, dass ich damit klar komme? Ja, kommen Sie! Benutzen! Toll! Warum muss ich das schießen? Hä? Wie schieß ich denn? Weg mit euch, die Säcke! Ah, die kommen hierher! Ich habe, glaube ich, Spaß bei mir jetzt Lebensgerade! Weg mit euch! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach du heiliger! Äh... Shasta ist gekommen! Sie ist der Tiger? Äh, hallo? Jetzt werden wir eingeknastet, oder was? Ey, wir haben uns wirklich eingeknastet! Glaubst du, wo sie werden? Glaubst du, wo sie werden? Bist du dir sicher? Ach, fresse da hinten! Das ist großartig, Herr. Wenn ich mir selbst sagen kann... Schau mal! Lefou! Das ist ein der Wettbewerb ist. Was ist es, wie es? Wow! Das ist ein weiterer Gewalt! Meine Schenze sind alle kurzartig, und meistens beschäftigt mit dem Diensten oder larfen. Ich habe so viel zu lernen von dir. Kann ich dich nennen... M-M-Master? M-M-Master? M-Don't push it! M-Oh! 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 Logan ist ja nicht da, ne? Der wird uns bestimmt den Hintern retten! M-Oh! 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 M-V! M-N! M-W! M-Schwit! M-A-Et! M-End! M-Oh! M-K-N! M-E! M-K-N! M-N! M-I! M-N! M- Chad! M- liberatorial jetzt! M-A! M-N! Soldier, aufhören Sie einen Augenblick auf. Sie sind ein bisschen mehr kompetent, als dieser Mann hier. Ja, Sir. Phew, sieht aus, dass jeder sich lockt, außer für cool, sinnvolle Leute, wie Sie und ich. Hey, es ist so wie die alten Zeiten, zurück in den Beginn, eh? Just Sie, ich, und, uh, was ihr Gesicht? Ist es irgendwo, eh, was auch. Well, get all nostalgic on me, we need to give it our all for our new bosses. They've given us jobs, after all. I, for one, welcome our new Duvasian overlords. Here you go, went and snagged a diagram for you while everyone was busy acting all sad. This here jacuzzi diagram collected quite a bit of dust in the back, what with that whole water crisis we had, you know, the one I caused. Probably better get to it, unless you want to get put back in prison. Can't say I'd recommend it. It's smelly and weird in there. I doubt it. Nothing bad ever happens to old Yan. Ta-ta! Hey there, I'm Stev. I'm going to be kind of like your Vorden. I'll just be hanging around you, making sure that you don't do anything that would, um, jeopardize our whole mission. So, yeah. Just let me know if you have any wants or needs, and I'll see if I can help you out. But I do need that jacuzzi soon, please. Oh, yeah, for sure. I mean, that's not really what I want either. I'm just doing my job. But, don't worry. I'm sure we can figure things out. Anyway, the sooner you're done, the sooner I'll be out of your hair. Yeah, and what do I do with the other? Oh, man! Heute ist mein drittes Dienst. Ja, und das wird ja an demnächst Geburtstag meines Sohnes nicht miterleben kann. Wenigensens hast du auch ein Haus, ein paar Leute, die auf dich warten. Nach dieser Mission wird nur eine weitere Mission kommen. Du hast doch gehört, was mit Ikea los ist. Früher oder später wird es Krieg geben. Ähm... Ach, ich habe gehört, dass viele Leute nach dieser Mission in Ruhestand gehen, weil es so eine große Sache ist. Vielleicht qualifizierst du dich für eine ehrenhafte Entlassung. Das bezweifle ich. Ähm... Ein Sandrocker ist entkommen? Ja, ja. Solche Sachen reden. Komm schon! Ja, was soll ich denn? Granitplatte. Meiner. Der verfolgt mich wirklich. Ist ja... Creepy, aber auch cool gleichzeitig. Überzeuglich. Oh, dann werden sie gefangen. Ich imperfeil! Und jetzt freu dich! Meine eigene Apartment. Ich bin die Bachelor-Live. Du wirst einfach warten, bis mein Riri kommt zurück. Du wirst alle... Woah! Kaskets? For what? Was do you... Was do you... Wer ist dieser Riri-Guy? Ich weiß nicht, ihn zu sehen. Ein Kind von Alliance-Assassin? Ich meine... Ich glaube, das erklärt, warum wir nicht mehr Informationen haben. Oh nein! Es ist schlimmer als das. Much schlimmer. Serious? Bullets nur ihn schulden. I'm kind of scared. Oh, you know nothing, Mfiel. Gleich kommt er. Okay. Ich habe einige Dinge über den Ritter namens Pen gehört. Zumindest war er sehr arrogant. Ich habe von jemandem in der Hauptstadt gehört, dass sie an ihm experimentiert haben, um ihn stärker zu machen. Was? Ernsthaft? Da kommt jemand. Wie fährst du gehört? Ähm... Alles. Oh. Oh, was wir dafür sorgen, dass er nicht greift an. Warte. Junge, die haben ja gar eine Struff. Was ist denn das für Lappen? Achso, der lebt ja noch. Das ist das für Lappen. Haha. Wieso? Ihr Säcke habt doch auf... Habt doch selber auf mich aufgegriffen. Ja ähm, die sind selber im Knast, die beiden Oh, gut, danke! Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen den Plan von den Zellen durchgehen. Hier, seht ihr die Karte an! Was ist da über der Bühne? Das ist doch hier vorne, oder? Warte mal! Da sind die, die eingesperrt sind! Ah, gut! Also ich würde erst bei der Ziviltruppe anfangen, weil die sind diejenigen, die mit kämpfen können! Welchen Turm? Ach, hat einer! Ehh, ist das... Wie wäre das mit einer Ablenkung? Wir legen eine Bombe! Okay! Das klingt schon... Okay! Jetzt ist es wohl Ruhe! Ja, Logan! Das wären wir! Ich werde bereit sein, wie du es bist! Dunne, was ist es nicht so cool Achtung... Das ist ja quasi wie in der Hausfrau geht. Wir tun das jetzt? Und dann werden wir uns ges気hchen und arbeiten können. Das war's für die Karte. Das war's für die Karte. Das war's für die Karte. Der ja zwei ist, was weiße? Das war's für den Unterricht der Karte, das war's für die Karte, das war's für den Karte. Das war's für die Karte. Wir liegen los... Ich hab doch gespeichert, alles gut. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich weiß, du bist ein guter Builder. Warum nicht du uns mit uns? Duvos ist die Weg der Zukunft. Hey, du musst mich nicht so schrecklich sein. Ich war einfach so nett. Ich werde nicht mehr Zeit nehmen. Du geh mal duschen, mein Nude. Du musst es nicht noch mehr auf ihn. Ja! Ich darf jetzt einen auf die Mütze hauen. Habe ich meine Katzenpfote? Ja. Toch! What the? Newbie? And Logan? Give us the turret. Now. Newbie, Newbie, Newbie. I give you your job back. And this is how you repay me. This is your last chance, Newbie. Join me and we can rule the free cities. As lord commander. And dispensable beyond. Say yes now and I'll only doctor pay by 20%. Ich werde nie müde dafür und ich zulegen. Nein! Echt? Echt? N掰掰! N unbedingt! Guck mal! N Rhah, komm her! Warte. Muss ich mich erst mal heilen Jetzt bleibt es nur noch feiern Geht doch mal hier Aua Weg mit euch ihr Lappen Ah, kommt der hier Geil, geiles Gefühl Ich sehe nichts Hier ist doch die Action gerade Login, hier ist doch einer Ach soo Ich sehe nicht Oh, der hat die gleiche Idee Ich... Oh Gott Benutzen wir die Zivilgruppe Die Zivilgruppe Kommt meine Gefährten Ach soo Ah, du Du lich, Justus! Du lich, Justus! Viva la Résistance! Love that gusto! Just, I didn't really expect you to be here. The more person always saves their depths. Hey, let's get to the apartments next. Double time. Justice, clear out the other soldiers from town. Let's meet up at the temple. Roger. Unsure, Cooper, with me. Let's go save our city. Okay. Waffenfall. We got this. You take care of the others. Come on. Let's head for the temple. Wait a second. I hear something upstairs. Back me up before you head out. Back me up before you head out. Oh my gosh. They're so fluffy. It's like touching a cloud. Yeah. But back off. I stole them fair and square. Aw man. You always have all the luck. Hey, come on. There's more than one quilt. Share the love, buddy. Die streiten sich um die Decke? I need both. I like to put one on the bottom and one on top. Only thing that bugs me. See what I did there? Caterpillar bugs. Only thing that bugs me. Is somebody who's kinda like. Reminds me their ill-gotten gains and whatnot. Hard to sleep when you're reminded of your own misdeeds and stuff. Which then puts me on track. Then give me the quilts. I have no con- Hey, wait a second. Where is it for- Don't change the subject, daughter. Quiltage. No, seriously. It's too quiet. It's too quiet. And nobody's come up to get us. It's been a while. Could something have happened to them? Hey, hey, hey. Is someone out there? Uh... Good. Come on now. I don't see anything. Uh... Good. How did you get along the way? Okay. What? Oh! What the way? What? Logan, man! Oh man, I'm dizzying. I thought that- Where is that now? Well, I think I'm looking for a couple. Builder, du hast mich verabschiedet! Ich verabschiede dich! Ich habe sogar einen Rekommenden für Duvos HQ. Aber nein. Du hast entschieden, mit diesen... Peßenten. Jetzt, dein Lieber Meier, wird die Konsequenz! Logan! Builder! Für den Empire am Arsch! Ich bekämpfe, Mensch! Sogar der Bürger meine Hilfe! Die lachen hier erstmal weg! Logan, komm! Schießen ab! Genau, danke! Hahaha! Etwas begann! Wo ist denn? Was? Oh! Lern die ab! Oh, jetzt kommt noch mehr! Oh! Sogar die Ziviltruppe ist jetzt hier! Ich habe ein Level abgekommen! Ich habe eine Wicker Camp. Oder? Ich habe eine Wicker Camp. Ich habe eine Wicker Camp. Limpf zu den Norden. Matilda und Penn sind noch da draußen. Ich habe den Airship gesehen. Es sieht aus, dass sie etwas excavieren. Und es sieht aus, dass sie in eine Runde sind. Der Norden Plateau ist viel zu hoch für uns zu climbieren. Von der Zeit wir nach oben sind, sie werden lange weg. Logistik aside, wir sind alle sicher. Wir sind alle sicher. Wir können uns nicht weitergehen. Wir sind alle sicher. Wer weiß, dass Duvos etwas von unseren Relikern verletzt wird. Lass die Allianz-Förschen mit ihnen dealen. Ich bin Angst, dass ich das hier nicht behalte, Heidi. Huh? Das war eine der größten Duvos-Förerungen in der Freie-Cities-History. Sie haben etwas Großes gefunden. Im Moment muss ich herausfinden, was es ist. Was, wenn es ein Tausend Soldaten gibt? Es könnte sehr gefährlich sein. Ja, ihr könnt aber nicht nur auf die Allianz vertrauen. Eben, deshalb ja. Oh, sie sind sehr gut. Sie sind immer auf die Allianz-Förerungen. Sie sagen, Sie sagen, Sie machen die Initiative, Herr Herr. Ich weiß nicht wirklich, was das bedeutet. Aber es fühlt sich sehr gut zu sagen, dass es irgendwie zu sagen. Du bist richtig, Vergis. Wir machen es. Wir gehen da hin und verhüben sie. Daisy, sie kann helfen. Sie können helfen. Daisy? Das ist meine Zartung. Sie haben es bereits zu wissen, alle Leute von der Stadt. Ich denke, sie kann uns da hinunternehmen, kein Problem. Ich habe schon ein Diagramm von einem Baskett vorgestellt, nur in der Lage, Daisy, die Leute aus dem Dessert zu nehmen, in der Lage, dass es eine Erkrankung gibt. Ich kann dir jetzt eine Sache sagen, wenn dieser Baskett wird, dann bin ich mit Schotgen. Alles klar, nehmen die Initiative. Eine Überraschung? Duck Attack! Heidi, check Elsie's Diagramm und sende sie zu einem Builder, pronto. Justice, du wählst aus, wen du mitnehmen willst. Ich weiß garantiert zu 100% wer mitkommt. Wer den Corp machen kann. Boah! Ohohohohoho! Ohohohoho! Warte, wir machen erstmal das hier. Hm... Diesmal war es natürlich die Person, die man wenigstens verdächtigt hätte, Mathilda. Wir haben wohl aufs falsche Pferd gesetzt und verloren. Wir sehen dich. Wir kriegen das schon hin, mein gutster. Kann ich mit dir noch kuscheln? Warte mal. Kuscheln heißt das ja. D-d-d-d-det-Wollen... Interagieren. Der hat zu viel! Du hast diese Du-Vos-Ganoven wie in Geige gespielt, Kitty, gut gemacht. Oh ja, und dann gab es da noch den Teil. Zehn von zehn dafür, aber lass uns das nicht feiern. Es gibt noch eine Sache zu erledigen. Hey, ich durfte Jan verprügeln. Das war das Beste überhaupt. Das gab mir ein Gefühl. Das war ein cooles Gefühl. Gut, dann sag ich jetzt auch erst mal schauen und wir sind uns in der nächsten Folge. Das war eine ziemlich spannende und actionreich und lange Folge. Nichtsdestotrotz sag ich schon mal Tschau, tschau und dann gucken wir mal, was uns als nächstes erwartet.